Achso, jetzt. Achso, jetzt. Vielleicht fällt mir der Arm ab. Ah, das hat er jetzt nur ein Problem. Da war der Motor nicht fest. Nicht stark genug. Was ist denn fotografiert? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, geht schon. Ja, das ist ja auch extrem zu sich. Hat sich das geil. Ich glaube, das hat er so beim Zurückdrehen selber gemacht. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so.